Das wäre eigentlich das falsche Zeichen, wenn man von Digitalisierung spricht, wenn man davon spricht, dass man auch in der LAG eine lebendige Diskussion haben will, das jetzt nur im Umlauf wege zu machen. Da haben wir uns dann auch dafür entflossen, dass es eben dann auch als Videokonferenz durchgeführt wird. Ich hatte einen leicht erhöhten Herzschlag, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nicht unbedingt technikaffin bin, aber es war so gut vorbereitet, dass ich als Laie recht gut klargekommen bin damit. Und ich war anschließend doch sehr erleichtert und sogar ein bisschen stolz, die erste Videokonferenz meines Lebens absolviert zu haben. Man muss sich dann auf das Minimum letztendlich konzentrieren, was funktioniert gut, wo kann jeder mitarbeiten, wo kann wirklich, wirklich jeder mitarbeiten und dann halt keep it simple, dann funktioniert das auch. Ich war persönlich auch sehr überrascht, wie gut das geklappt hat, also wie diszipliniert auch alle Teilnehmer waren, also Mikrofon aus, aufzeigen. Im Prinzip vielleicht mancher, sogar er sich noch getraut hat, sich zu Wort zu melden in diesem Format als Face-to-Face vor 30 Personen. Also das ist glaube ich auch vielleicht so eine gewisse Lehre daraus, dass es vielleicht manchmal auch sogar die Angst nehmen kann, sich in eine Diskussion einzubringen. Wir haben uns sehr gut gehört gefühlt. Es hat von dem Ablauf her gut geklappt. Es hat von der Technik hervorragend geklappt. Auch die hinterher die Fragen. Es hat wunderbar funktioniert, also mit Handzeichen und es wurde ja auch moderiert, sodass das vielleicht sogar auch ein Vorteil gegenüber von anderen Sitzungen sein konnte, weil man dann auch noch mal abgeben konnte an die Mitte-Antragstelle. Was mir auch tatsächlich aufgefallen ist, eben halt diese Abstimmung mit Beschlussfähigkeit am Anfang, dass man da vielleicht eben ein separates Abstimmungstool hat, um natürlich sofort zu erfassen, sind denn alle Leute tatsächlich auch jetzt aufgezeichnet worden und erfasst worden, die entsprechend dafür, dagegen oder sich enthalten. Meine Antwort wäre klar ja. Ich glaube allerdings auch, wenn man zehn streitige Projekte hat, ist es nicht das richtige Format. Wenn man sich persönlich trifft, kann man doch außerhalb des Protokolls mal kurz was besprechen, was vielleicht übergreifend ist oder so, aber sich nur auf Videokonferenzen zu beschränken, das würde ich sehr, sehr schade finden. Die Projektberatung vor Rübergabe an die LAG würde ich auch gerne über dieses Tool ausprobieren, da man da doch verschiedenste Leute dann zusammenholen kann. Man muss keine Angst haben vor so einer Konferenz, wenn sie gut vorbereitet wurde und läuft das gut. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Technik auch für die Zukunft. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Technik auch für die 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 Technik. und ich denke, das ist die Technik auch für die Technik auch für die Technik auch für die Technik zu machen, Vielen Dank.